4 Leute, 6es Paaaaaaar, Kevin aus. Ey, let's go. Alright, dann schauen wir mal rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist wirklich so ein bisschen. Also erstmal fand ich ganz süß, Wichteln 2022 stand hier drauf, das war auch sehr praktisch, weil das lag gerade in so einem riesigen Berg Müll, also so Fan-Pakete meine ich. Und da habe ich das so direkt so... Oh, wie schön. Holy fuck, wie schön. Ey, alle die Zuschauer, nochmal danke für die Pakete, übelst geil. Auf jeden Fall stand das so da drauf und dann kann ich das direkt sehen. Da muss ich direkt, welches da war, das war sehr praktisch. Alright, dann machen wir mal auf den A. Digga, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, das ist ein bisschen so wie so ein Vortrag in der Schule gerade. Okay, alright, was haben wir? Das ist schon mal sehr geil. Wollt ihr was naschen? Ja, ich wollte was naschen, das ist richtig gut. Die sind auch richtig lecker, das sind die alten Katjes-Grünohrhase, die knallen richtig ein. Die sind übelst geil. Ja, die sind krank. Oh nein, hier ist ein Bilderrahmen. Oh mein Gott. Nein. 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 Ist mein Vergehen von Basti, Bro? Oh mein Gott. Junge, das ist ja übergeil. Holy shit. Wie cool. Bro, Basti, das ist überkrass. Okay, warte. Das ist ja voll süß. Passt auf, pass auf. Das ist so süß. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Basti und ich haben hier ein Kaninchen und jetzt guck mal, was hier drin ist. Ein glücksfüchter Kaninchen. Unser Kaninchen. Basti, sind wir die Eltern? Sind wir die Eltern? Ja. Oh nein. Bro, dann ist hier auch so ein halbes Nest drin. Ich will nicht wissen, wie das Stroh mittlerweile riecht, aber das ist echtes Stroh. Geht, 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 geht. Oh mein Gott. Oh, Bro, das ist richtig süß, Basti. Basti, hast du das Stroh extra gekauft oder hast du das draußen gesammelt? Ich habe meine Quellen. Krasserweise, wenn man so ein Stroh herbekommt. Oh, Junge, das ist richtig süß. Oh, das ist richtig süß. Kannst du das Bild nochmal zeigen, Kevin? Ja, ja, safe, safe. Basti hat darauf spekuliert, dass wir bis Ostern brauchen, bis wir die Ausprache haben. Oh süß. War das noch besser? Ja. Das ist richtig hoist. Das sieht sogar richtig gut aus. Ja. Ja, das ist ein bisschen überschüß. Basti, sag ehrlich, musste Aslak deinen Charakter da so reiniditieren? Nee, tatsächlich, ich habe ein Bild einfach von mir selber gemacht und dann mich einfach ein bisschen verkleidet. Also das fällt kaum auf, aber das ist... Oh mein Gott. Shut up. Fläsch dich einfach. War das sehr süß. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Boah, Digga, krank. Das ist alles dabei gewesen. Danke, Basti. Ich gucke dir auch. Oh, ist das süß. Gerne, Kevin. Für dich immer. Alter, ihr seid einfach bei Eltern. Oh, danke, yo. Glückwunsch. Basti, wie nennen wir ihn? Da fällt dir was ein. Aber der muss einen Ehrenplatz bekommen. Der darf jetzt nicht einfach nur auf den Kühlschrank oder so gehen. Ja, ich überlege gerade, wo stellt man den halt geil. Das Ding ist, guck mal, wenn ich den halt hier hinstelle, hier wäre halt geil. Hier so. Oh, nee. Das ist die Drecksecke. Das ist die Drecksecke. Die Drecksecke ist da. Die Drecksecke ist da, bro. Zumindest an den Mikrofonarm hängen. Jo, Digga, hier. So. Perfect. Das ist mega. Das ist mega. Das kann der Schluck der Kante bleiben. Boah. Aber da fällt mir schon immer rum. Ich sag ehrlich, ich hab Angst. Das fällt doch. Stell dir vor, ich flick jetzt den Counter-Strike, dann schlage ich uns da runter mit den 400 DPI, Junge. Auf Silber. Was für Silber. Ja, wir finden einen guten Plaster für Basti. Sehr süß. No joke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.